Textbuch, Kapitel 13, Die schuldlose Welt, Nummer 5, Die zwei Gefühle, Seite 247 bis 250. Ich habe gesagt, dass du nur zwei Gefühle hast, Liebe und Angst. Das eine ist unveränderbar, wird aber fortwährend mit anderen ausgetauscht, da es den Ewigen von den Ewigen geschenkt wird. In diesem Austausch wird es ausgedehnt, denn es vermehrt sich, indem es gegeben wird. Das andere Gefühl hat viele Formen, denn der Inhalt individueller Illusionen ist höchst unterschiedlich. Doch sie haben alle eines gemeinsam, sie sind alle wahnsinnig. Sie sind aus Anblicken gemacht, die nicht gesehen und aus Geräuschen, die nicht gehört werden. Sie lassen eine private Welt erstehen, die sich nicht mit anderen teilen lässt. Denn sie haben nur für ihren Macher Bedeutung. Und daher haben sie überhaupt keine Bedeutung. In dieser Welt bewegt ihr Macher sich allein. Denn nur er nimmt sie wahr. Ein jeder bevölkert seine Welt mit Gestalten aus seiner persönlichen Vergangenheit. Und daran liegt es, dass sich private Welten tatsächlich unterscheiden. Doch die Gestalten, die er sieht, waren niemals wirklich. Denn sie sind nur aus seinen Reaktionen auf seine Brüder gebildet. Und schließen ihre Reaktionen auf ihn nicht mit ein. Deshalb sieht er nicht, dass er sie gemacht hat und dass sie nicht ganz sind. Denn diese Gestalten haben keine Zeugen, da sie nur in einem einzigen separaten Geist wahrgenommen werden. Durch diese seltsamen und schattenhaften Gestalten treten die Wahnsinnigen mit ihrer Welt des Wahnsinns in Beziehung. Denn sie sehen nur die, die sie an diese Bilder erinnern. Und sie sind es, mit denen sie in Beziehung treten. So kommunizieren sie mit denen, die nicht da sind. Und diese sind es, die ihnen Antwort geben. Und niemand hört ihre Antwort außer dem, der sie angerufen hat. Und er alleine glaubt, dass sie ihm Antwort gaben. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Und über sie hinaus kannst du nicht schauen. Immer wieder hast du deinen Bruder angegriffen, weil du eine Schattengestalt in deiner privaten Welt in ihm gesehen hast. Und also ist es, dass du zuerst dich selbst angreifen musst. Denn was du angreifst, ist nicht in anderen. Seine einzige Wirklichkeit ist in deinem eigenen Geist. Und indem du andere angreifst, greifst du buchstäblich das an, was nicht vorhanden ist. Die Wahnhaften können sehr zerstörerisch sein. Denn sie begreifen nicht, dass sie sich selbst verurteilt haben. Sie wollen nicht sterben, aber sie wollen die Verurteilung auch nicht loslassen. So trennen sie sich in ihre privaten Welten, wo alles ungeordnet ist und das, was innen ist, außen zu sein scheint. Was aber innen ist, sehen sie nicht, denn die Wirklichkeit ihrer Brüder können sie nicht erfassen. Du hast nur zwei Gefühle. In deiner privaten Welt jedoch reagierst du immer auf das eine, als wäre es das andere. Denn Liebe kann in einer Welt für sich nicht weilen, in der sie nicht wahrgenommen wird, wenn sie kommt. Wenn du deinen eigenen Hass als deinen Bruder siehst, dann siehst du deinen Bruder nicht. Jeder sucht die Nähe dessen, was er liebt und schreckt vor dem zurück, wovor er Angst hat. Du reagierst mit Angst auf Liebe und weichst vor ihr zurück. Die Angst hingegen zieht dich an und im Glauben, sie sei Liebe, rufst du sie zu dir herbei. In deiner privaten Welt wimmelt es von Angstgestalten, die du eingeladen hast. Und all die Liebe, die deine Brüder dir anbieten, siehst du nicht. Wenn du deine Welt mit offenen Augen ansiehst, muss dir auffallen, dass du dich in den Wahnsinn zurückgezogen hast. Du siehst, was nicht vorhanden ist und hörst, was kein Geräusch erzeugt. Deine Äußerungen von Gefühlen sind das Gegenteil dessen, was die Gefühle selber sind. Du kommunizierst mit niemandem und bist genauso isoliert von der Wirklichkeit, als wärest du allein im ganzen Universum. In deinem Wahnsinn übersiehst du die Wirklichkeit vollständig und siehst überall, wo du hinschaust, nur deinen eigenen gespaltenen Geist. Gott ruft dich und du hörst nicht, denn du bist mit deiner eigenen Stimme beschäftigt. Und die Schau Christi ist nicht in deiner Sicht, denn du schaust nur dich selber an. Kleines Kind, möchtest du dieses deinem Vater anbieten? Denn wenn du es dir selber anbietest, dann bietest du es ihm auch an. Und er wird es dir nicht wiedergeben, denn es ist deiner unwürdig, weil es seiner unwürdig ist. Doch möchte er dich davon erlösen und dich befreien. Seine vernünftige Antwort sagt dir, dass das, was du dir selber angeboten hast, nicht wahr ist. Das aber, was er dir anbietet, sich nie verändert hat. Du, der du nicht weißt, was du tust, kannst lernen, was Wahnsinn ist und über ihn hinausschauen. Dir ist es gegeben, zu lernen, wie du den Wahnsinn leugnen und aus deiner privaten Welt in Frieden hervorgehen kannst. Du wirst alles sehen, was du in deinen Brüdern verleugnet hast, weil du es in dir selbst verleugnet hast. Denn du wirst sie lieben und indem du ihnen näher rückst, wirst du sie zu dir ziehen und als Zeugen für die Wirklichkeit wahrnehmen, die du mit Gott teilst. Ich bin bei ihnen, wie ich bei dir bin und wir werden sie aus ihren privaten Welten herausziehen. Denn so, wie wir vereint sind, so möchten wir uns mit ihnen vereinen. Der Vater heißt uns alle freudig willkommen und Freude ist es, was wir ihm schenken sollten. Denn jeder Gottessohn ist dir gegeben, dem Gott sich selbst gegeben hat. Und es ist Gott, den du ihnen anbieten musst, um seine Gabe an dich zu erfassen. Schau, ist vom Licht abhängig. In der Dunkelheit kannst du nicht sehen. Doch in der Dunkelheit, in der privaten Welt des Schlafes, siehst du ihn träumen, obgleich deine Augen geschlossen sind. Hier hast du, was du siehst, gemacht. Doch lass die Dunkelheit los und alles, was du gemacht hast, wirst du nicht mehr sehen. Denn sein Anblick hängt vom Verleugnen der Schau ab. Aus dem Verleugnen der Schau folgt aber nicht, dass du nicht sehen kannst. Aber genau das ist es, was die Verleugnung bewirkt. Denn durch sie akzeptierst du den Wahnsinn und glaubst, du könntest eine private Welt machen. und über deine eigene Wahrnehmung herrschen. Doch hierfür muss das Licht ausgeschlossen werden. Träume verschwinden, wenn das Licht gekommen ist und du sehen kannst. Suche die Schau nicht mit deinen Augen, denn du hast deine Sehweise gemacht, um in der Dunkelheit sehen zu können. Und darin wirst du getäuscht. Jenseits dieser Dunkelheit und dennoch in dir ist die Schau Christi, der auf alle im Licht schaut. Deine Schau kommt aus der Angst, so wie die Seine aus der Liebe kommt. Und er sieht für dich als dein Zeuge für die wirkliche Welt. Er ist die Manifestation des Heiligen Geistes und schaut immer auf die wirkliche Welt, ruft ihre Zeugen auf und zieht sie zu dir hin. Er liebt, was er in deinem Innern sieht und möchte es ausdehnen. Und er wird nicht zum Vater zurückkehren, solange er nicht deine Wahrnehmung ausgedehnt hat bis hin zu ihm. Und dort ist Wahrnehmung nicht mehr, denn er hat dich mit sich zum Vater zurückgebracht. Du hast nur zwei Gefühle. Eines hast du gemacht und eines wurde dir gegeben. Jedes ist eine Art zu sehen und unterschiedliche Welten entstehen aus ihrer unterschiedlichen Sicht. Sieh durch die Schau, die dir gegeben ist, denn durch Christi Schau erblickt er sich selbst. Und da er sieht, was er ist, erkennt er seinen Vater. Jenseits deiner dunkelsten Träume sieht er Gottes schuldlosen Sohn in dir, in vollkommenem Glanz erstrahlend, der ungetrübt von deinen Träumen ist. und das wirst du sehen, wenn du mit ihm schaust. Denn seine Schau ist seine Liebesgabe an dich, die ihm vom Vater für dich gegeben wurde. Der Heilige Geist ist das Licht, in dem Christus offenbar wird. Und alle, die ihn schauen möchten, können ihn sehen, denn sie haben um Licht gebeten. auch werden sie ihn nicht alleine sehen, denn er ist ebenso wenig allein, wie sie es sind. Weil sie den Sohn sahen, sind sie in ihm zum Vater auferstanden. Und all dies werden sie verstehen, weil sie nach innen geschaut und jenseits der Dunkelheit den Christus in sich gesehen und ihn wiedererkannt haben. In der Vernunft seiner Schau haben sie mit Liebe auf sich selbst geblickt und sich selbst so gesehen, wie der Heilige Geist sie sieht. Und mit dieser Schau der Wahrheit in ihnen ist alle Schönheit der Welt gekommen, um auf sie zu leuchten. Wenn sie sind, Und die Vielen Dank.